hallo miteinander heute ist sommeranfang 21.06.2022 hier gibt es ein kurzes update vom strand wir sind jetzt hier zwischen pomori da halte ich gerade die kamera drauf das geben wir einmal rüber großer radadellengang heute jetzt richtig ab ordentliche strömung die wellen ganz da hinten ist nesebar dann gehen wir weiter rafter da wo der leuchtturm ist marina kape da ist aalloy und da vorne ist merida hotel und dann ganz hier vorne das wave super wetter heute wasser ist warm wellen sind verdammt hoch teilweise über einen meter muss man echt aufpassen dass man nicht weggespült wird also echt schönes wetter heute das war's erstmal bis später hallo zum zweiten noch mal ein kurzes update von mir jetzt seht ihr auch mal dass ich wirklich da bin und das meer im hintergrund wahnsinn, echt schön hier ok, grüß denni tschü 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 so die Untertitelung des ZDF, 2020 Da muss man echt aufpassen, dass einem die Strömung nicht wegreißt. Echt übel, die Wellen hier. Jetzt versuchen wir mal noch ein Stück weiter zu gehen. Vielleicht kriegen wir das nochmal besser drauf. Sorry, dass es so wackelt, aber ich versuche hier echt krampfhaft stehen zu bleiben, wenn hier eine Welle kommt. Oh, oh. Oh 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 Oh